Am Reutlinger Johannes-Kepler-Gymnasium ist eine Ära zu Ende gegangen. Schulleiter Hans Selinker hat sich nach 15 Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet. Bei den Feierlichkeiten regnete es viel Lob für den Schatz der Schule, wie der scheidende Rektor von Seiten der Elternschaft bezeichnet wurde. Seine Nachfolge tritt kein Unbekannter für Schüler, Kollegen und Eltern an. Der langjährige Keppi-Lehrer Thomas Moser übernimmt die Amtsgeschäfte und wird sich ab dem nächsten Schuljahr für über 1000 Schüler verantwortlich zeigen.